Liebe Freunde auf YouTube, viele Grüße aus dem Büro. Ich habe hier einen extrem großen Stapel Ack noch zu bearbeiten, den werde ich mich jetzt gleich durchackern und ja, ich bin einfach so beschäftigt als Anwalt, dass ich mir, also für Urlaub ist keine Zeit, da ist echt keine Zeit. Aber ich gehe natürlich jetzt gleich auch noch eine Runde laufen, weil wichtig körperlicher Ausgleich, man kann nicht nur arbeiten, sondern man muss auch mal ein bisschen joggen gehen, ein bisschen laufen, gilt nicht nur in der Arbeit, sondern gilt genauso beim Lernen, also euch einen erfolgreichen Tag, bis dann.